Jo Leute, viele von euch haben sich gefragt, wie wir diese Sehne geschnitten haben. Also kurzer Ausschnitt. Diese Sehne hat uns der Linde geschnitten. Also vielen Dank an Linde. Wie wir das gemacht haben, wie wir das irgendwie hingekriegt haben, dass nur die Schuhe laufen, seht ihr jetzt in kurzen Männchen auf. So Leute, heute testen wir den Puma Evo Power in gelb. Ich habe mir den Rot an für die Startsäne. Und für die Startsäne brauchen wir auch einen ganz besonderen Kerl hier. Wer ist denn das? André hat so ein grünes Outfit an, weil wir auf jeden Fall versuchen, was ganz cooles zu schneiden. Ich hoffe, das klappt auch. Und ja, Linde ist auch noch am Start der Regisseur. Soll ich mal eine kurze Pause machen? Sieht aus wie Hulk. Der Linde ist fertig. Unser Regisseur für heute hat die Intro-Szene gemacht. Danke sagen wir an den netten Herr hier, der uns das Intro geschnitten hat. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass das viel Arbeit ist, aber... Dass da noch mehr erfolgt. Ich wüpp mich. Ja klar, Linde will dabei sein in Zukunft. Ich wüpp mich beim Linde. Ganz kein Beanzug beim Linde. Ihr wisst ja, der Mann. Das ist geheim. Der Mann hier, Alter. Merkt euch eins. Das war es jetzt schon wieder mit dem Making-of. Wenn ihr mehr ein Making-of-Video sehen wollt, dann gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Kommentiert, abonniert, damit wir schnell die 10.000 Abos kriegen. Und ja, das war es wieder von mir. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Bis zum nächsten Mal.